so jetzt geht das abenteuer los schauen wir mal was uns in der mission jetzt erwartet rätselhafte anfänge ist die mission wir werden auf privat spielen und auf normal und wir werden so privat lassen dann schauen wir mal wir sollen uns mit central decks treffen außerhalb des forts und offenbar wird sie wieder nach anziehung zurück begleitet der chef hat wohl keinen bock mehr auf die aktion die sie da treibt kommen wir mal von der hoher bei der hoher Becker Es gibt es hier ein paar encodingen was wir blauen die Zukunft mit des neuen wird euch immer so schön darabt es ist dann Going de dann immer Aus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wird sie jetzt ewig aufs Butterbrot schmieren Oh Nett Na gut, da bin ich Was jetzt? Nicht mehr da Sackgasse? Oder eine neue Spur? Dex? Wie wär's mit Anweisungen? Oh, entschuldige, hab nachgedacht Ähm... Versuche mal die Energie wiederherzustellen Es wird einfacher sein, das Lager zu durchsuchen Ich habe das Gefühl, dass Corpidone uns demnächst hier besuchen werden Da, ein Generator Damit sollten wir das Lager versorgen können Also, in Kapitel 1 des Freelancer-Handbuchs stand nichts von Generatoren Naja, Kapitel 2 behandelt das Thema seitenweise Energie wiederhergestellt Super Sieh dich um Schau, ob sie was zurückgelassen haben Sie? Ja Hey, ist das ein Archiv? Ist es das, wonach wir suchen? Möglich Das werden wir erst wissen, wenn ich sehe, was drin steht Faye, kannst du die Daten verarbeiten? Ich habe noch nie so ein chaotisches Archiv gesehen Das könnte eine Weile dauern Hey, bewegen sich die Eier da? Oh Mist Faye, beeil dich Ist ja auch so simpel Jeremy Hast du einrina tragic Er Kannst du Police Es kann Ich despair � Herr là Einer Gott Ich Sende Analyse an Sentinel-Dex. Wir sollten das Gebiet sichern, bevor wir weitergehen. Ja, das ist toll, das ist... Oh. Oh? Nicht, wonach ich suche. Macht aber nichts. Ich weiß, wo es jetzt hingeht. Bin ganz oben. Das Archiv hat ein Signal an einen nahen Ort übermittelt. Dort muss es sein. Freelancer, ich fange Funksprüche auf. Bussig! Komm, Philipp! Was ist das hier? Zane, du brichst ab. Klingt nach Ärger. Er ist ein großer Junge, der kommt schon klar. Hm, typische Gesetzlosenmentalität. Gesetzlose? Fantastisch, hier muss es sein. Ich weiß nicht recht. Klingt, als ob sie Ärger haben. Sind eben Anleuchter und nicht unser Problem. Das Signal kommt von drin. Aber ich dachte, wir... Sollten wir nicht nach Gesetzlosen suchen? Nein, wir suchen nach einem Krypto-Link. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Oh, jetzt verstehe ich deine Verwirrung. Ein U6. Sieht ruhig aus. Kein Link. Äh, ja? Ich habe dir gesagt, dass das Signal von drinnen kommt. Ja. Deine Richtungsangaben waren ja auch immer so genau. Irrigentenmine. Da ist auf jeden Fall ein Orsix drin. Ich dachte, wir wollten das Rätsel lösen, warum Menschen in der Smaragd-Schlucht verschwunden sind. Tun wir. Warum suche ich dann in einer unheimlichen Höhle einen Krypto-Link? Weil das Signal uns hergeführt hat und... Nein, ich wollte wissen, was der Link mit der Smaragd-Schlucht zu tun hat. Oh, da sind Informationen drauf. Welche Art? Von der wichtigen. Dex. Also, wenn ich schon alles wüsste, wäre es kein Rätsel. Oh, fuck. Das hört sich gar nicht gut an. Offenbar kämpft das Dominion gegen die... Verdammt! Wo zur Hölle sind Sie? Habe gefunden, was die Gesetzlosen geplagt hat. Oh, Orsix. Echt fies. Kannst du laut sagen. Hallo, wir campen doch auf derselben Seite. Okay. Ohh. So, ich bin jetzt los. Lass... Schüsse ich! Wacken Weg Clan-F chiar inm fuerza стал her! Was. Was. Wacken Wegstars haben Sie. Hau. Wacken Weg zeh. Wacken Weginterpret Slee. culoG. Wacken Wegwerfen wurden. esfuerzt. Sie! Das war's. Das war's. Glaubst du, kann es sein, dass der Osings den Link gegessen hat? Ich schwöre, wenn ich Kacke durchsuchen muss. Okay. Erstens, der professionelle Begriff lautet Kot. Und zweitens, ich hab gesagt, es bewegt sich. Ich will nicht wissen, warum sich deine Scheiße bewegen kann. Ah, der war gut. Scheiße, dieses Bewegen kann. Ach, warum nicht? Oh. Ganz mächtige Kristalle hier, die hier rumeiern. Ja genau, wollt ihr mich verarschen? Ja genau, wollt ihr mich verarschen? Das war's. Die! Die! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh man, da die gerade die Schalke macht Oh Ow Ow Oh 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 6 aus 6 Uhr. Oh 6. 6 Uhr. Uhr 6. Witzig. Das Signal sollte übrigens auf Sie. Natürlich tut es das. Noch einer. Fuck, ich muss nur mal zurückziehen. Okay. Fuuuuck Nein, er hat mich erwischt Oder sie Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Noch ein Treffer und ich bin hinterm Arsch Oh fuck 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 Drei von den Viechern ist echt kein Zuckerschlecken Ayyayayayayayay Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Ah, fast Level 14. Arkanisten-Ludel, G2, Brunnen gereinigt. Springbrunnen im Hof, im Vorteil, es wurde gereinigt. Ah. Lenkrad-Kette. Wenn er die entschrift. Verfechter. Haftgranate, könnt ihr auch mal ausprobieren. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen Cut und dann geht's in der nächsten Runde weiter. Danke für's Einschalten. Tschö.